Musik Die Schwerpunkte gelegt einmal auf Informationen, also dass wir uns gegenseitig weiterbilden mit den unterschiedlichen Themen, in denen wir uns rauskennen, wo wir Expertinnen und Experten haben. Da fangen wir mit diesen beiden Panels an, heute Vormittag zum Thema gesetzlich viele Workshops, jeweils drei parallel. Heute gleich nach dem Mittagessen und dann nochmal später am Nachmittag, wo Themen zur Sprache kommen werden, wie wie wehre ich mich gegen Rassismus, wie könnten wir eine bundesweite Struktur für die schwarze Community andenken, das wären Modelle, die wir uns überlegen könnten, und Themen wie Bündnisse mit anderen Menschen, nicht afrikanischer Herkunft, People of Color, oder wie gehen wir mit politischen und ideologischen Differenzen um. Also dass wir so zentrale Fragen einfach nochmal in kleineren Kreisen diskutieren. Musik 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 Musik